Man, oh man, Hercules geht ran. Oh man, geil. What? Liebe Schlittchen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town mit den üblichen beklopften Alli, die Alli hier schon rumballern. Weißt du, wie geil, ob beim nächsten Pete-Stream dann abgeht? Ich hab gerade volle Möhre-Tearing, muss ich mal sagen. Weinst du gerade? Ja, warte. Zwei, eins und Risiko. Voll geil, ich hab voll gerade Tearing gerade. Weinst du gerade? Wie schlecht war der Witz bitte denn? Was ist denn Tearing? Ich weiß gerade nicht, was das ist. Dann hast du diese lustigen Streifen im Bild. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Ihr seid ja alles so. Wer schießt da? Ja, ich hab gerade meinen Mikro-Leiser gemacht, weil ich das aufnehmen muss. Kannst du das nicht einfach so lassen und das nicht immer wieder hochregeln? Nee, für den Streamen musste ich das lauter machen. Achso. Echt? Ja. Oh, da vorne ist Christian. Remy! Du bist ja unsichtbar. Wieso bin ich denn unsichtbar? Und Spaß bei mir. Du hast gerade voll die durchschimm... Alter! Komm mal, ein bisschen... Hey, Hardy, 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 nicht Jane. Aber Hardy, Hardy. Wenn du jetzt wieder dieses hässliche Spiel bringst. Und Spaß, wenn du deinem Früh stehst, sieht das aus, als wenn du so durchschimmernd wärst. Was? Oh, alle drei auf einmal. Hallo, wer ist das denn? Hey. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nee, doch nicht. Die geht mir schon wieder so hart auf den Sack, wa? Dann mach den doch einfach mal weg. Nein, ich mach den nicht einfach weg. Okay, ich mach den einfach weg. Ja, okay. Okay. Und wenn, wenn, Bram, wenn du jetzt gleich instant auf mich schießt, dann bist du auf jeden Fall Traitor. Hm, nee. Weil du holst die, weil du fangst schon direkt Minuspunkte. Au. Wer schießt? Ah, die ist so wieder so oberaggressiv. Ich bin nicht aggressiv, ich guck mich noch ein bisschen um. Ich bin nicht aggressiv. Guck mich noch ein bisschen um. Fuck you. Hätt ja klappen können. Oh, guck mal, da kommt bald geflogen. Ja, das war von mir. Wow, Pillar, Pillar, Pillar. Und wenn du Traitor bist, dann bist du Traitor. Ja, wenn du dabei bist, bist du dabei. Oh mein Gott. Boah, ich dachte gerade schon wieder gestorben. Alter, Sepp. Verpisst du den. Peachy. Laber doch kein Bullshit, ich steh neben Sepp, Alter. So, komm, ich komm auch mal dazu. Wer von euch macht denn jetzt die Yalla-Bombe, he? Oh mein Gott, da kommt's. Yalla, Yalla, Yalla. Ey, ich kann halt im Begriff nicht auswählen, Hase. Wer kauft, wer kauft, wer kauft. Alter, wir werden beschossen. Okay, von Christian schießt. Von Christian. Ey, die sitzen beide in dem Turm drin. Nein, Alter. Nein, 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 nein. Schieß Christian auf euch. Pillar, Pillar. Okay, wenn Christian auf euch schießt, dann kann ich ihn ja auch töten. What the fuck, wo kommst du denn jetzt her? Ich war die ganze Zeit hinter dir. Ich dachte mir, okay, warum schießt du denn jetzt einfach so? Und dann hast du die auch noch verliebt. Sehr geil. Ich hab mich einfach angeschwicht. Ich dachte, okay, du schießt jetzt einfach so random auf die, um die zu ärgern. Pillar, was für Rill ist ja die Kämme-Sex-Sau. Hammer, nice. Ja, da hab ich natürlich mich ganz gut angespiegt. Ja, schade, Pillar. Hättest du da mal die Jaller-Bombe gehabt, wa? Nicht, ähm. Ah, nee, die ist scheiße, die Jaller-Bombe. Ey, Pillar, dann machst du den einfach platt, ey. Ja. LOL. T-T funktioniert nach dem Tod. Sehr gut. Da bin ich aber mal gegen die Wand geklatscht, würde ich sagen. Ey, sammel doch mal die scheiß Waffe ein, du Bastard. Nee, die wird nicht. Die wird nicht. Alter, los. Wer schießt da? J ist tot. LOL. Wer schießt da? Wer ist Traitor? Ich hab' ich scharf bekommen. Wer schießt da? Wer schießt da? Wer schießt da? Ich hab' die Schweine erschossen. Alle? Alle. LOL, da schießen alle. Ich schieß' jetzt mit Schweinen auf euch, ihr Wichser. Äh? Fußburen? Ich bin Traitor. Ich auch. Peter, hast aber gut gedacht, dass ich kein Traitor bin, du? Das ist mich wahrscheinlich direkt weggemacht. Fick dich. Ja, Bram. Wollte dich mal aufhaufen, sagst, ey? Chris, hast du auf mich geschossen, du? Arsch. Ich hab' auf das Schwein geschossen, weil du in der Luft hattest. Alter, das Schwein, das liegt jetzt auf dem Dach. Da kann man mich natürlich nicht treffen, oder? Wo stehst du euch da oben rum, Hardy? Was machst du da? Ich steh' nicht, ich guck' da. Wuuuhuuhu, die fliegen voll, die Schweine. Also, Hardy steht auf dem Dach und guckt euch alle an. Ja, Sepp ist oben beim Haus, wer ist da da? LOL, die sind ja alle. Da kommt Jay, der Schweine-Mensch. Da ist ein Schweine angeflogen gekommen. Haha, wie's quiekt! Oh, lol, das war jetzt ein bisschen scheiße. Aua! Ich möcht' drauf schießen, aber ich will nicht Jay-Trap. Scheiße, das Schwein ist ja echt voll witzig. Das kann man ja gar nicht aufschießen. Ja, wann rennst du denn? Oh, lol, wie's geflogen ist. Wie weit das geflogen ist. Hammer, nice, das ist im Wasser, jetzt ist ein Wasserschwein. Ein Meerschwein, Jay. Ein Meerschwein, Jay. Das ist ja, das sind ja schon... No, 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 no. Es sind zwei Schweine. Ey, Leute, man kann darauf surfen. Jetzt ist ein Surfer-Schwein. Jetzt geh' ich unter. Gerade kostbar noch. Jay, Jay ertrink gerade. Guck mal, die schwimmen. Guck mal, ob Jay innocent ist. Geil! Guck mal, du kannst da erst kurz drauf stehen. Guck mal, du kannst da raufklettern sogar. Fuck, ich krieg's nicht hin. Ja, Tatsache! Aber geil. Wer macht denn gleich Jaller? Ja, ich wollte schon, ey. So weit reicht's dir nicht. Wo ist mein Schwein? Da ist mein Schwein. Ob mein Schwein feift. Hier ist ein Schwein hin geflogen. Warte, warte, ich werf's zurück, ich werf's zurück. Jay, Jay, komm mal her. Ja, was? Hier, hier ist grad ne Tür aufgegangen. Die Tür aufgemacht. Die ist aufgegangen, die hab ich nicht aufgemacht. Dann ist da einer, dann ist da einer ein Traitor. Ja, ich war hier die ganze Zeit im Wasser. Ja. Ich hab grade mit den Schwein rumgespielt. Warte, lau block top, Sepp. Hadi, wo bist du? Ich bin weg. Hahaha. Alles klar. Okay. Also, Hadi, das macht dich jetzt nicht gerade innocent. Ja, macht ja nix. Das hat kein Problem. Okay. Ich bin da in meinem Raum drin. Interessant. Also. Wer hat denn die Tür aufgemacht? Die ist einfach aufgegangen. Ist jetzt Hadi KOS? Na, Hadi war da wahrscheinlich drin. Das weiß ich nicht. Klar ist der KOS. Klar ist der KOS. Wieso bin ich denn KOS? Ja, du versuchst nicht mortgage. Du musst einfach dann so richtig krass damit ich dann... HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. gefunden. Ja, weil er dich auch so wegmachen wird. Jetzt gibt es nicht eine Verbindung zwischen unten und dem, äh, Haus. Äh, Traitor-Wood? Ja. Wieso soll man ein Traitor, das verstehe ich nicht. Wo ist eigentlich der Sinn, dass man ein Traitor hört ist? Und nicht ein Anlöser. Vielleicht war's. Das heißt, man war schon mal in einem Feuergefecht, äh, äh. Oder ist irgendwo runtergefallen. Ist hier hinten eigentlich die ganze Zeit in dieser Hütte hier, in der Außenhütte. Oder ist von einem Traitor beschossen worden. Welche Frage. Ach, das versteckst du dich. Ja, ey, geht weg. Aha. Und das ist der nächste Traitor-Ausgang. Im Ernst? Oh. Der ohne Scheiße. Ja, sicher, da der stimmt an der Wasserhütte. Das andere. Oh, Scheiße. Ich mach jetzt. Aber warum, Hadi, warum hast du die Pose gewächst? Hast du etwa ein Ei gelegt? Leute, der war innocent. Der war innocent. Hey, wie kannst du denn, Hadi? Die ist der Einzige, der drauf geschossen hat. Okay, der fuck. Ja, ich hab auf den geschossen und der war innocent. Hat Peter den getötet, ist nicht eine schöne Scheißsituation. Ja. Ich hab nicht drauf geschossen. Ja, ich war der Einzelne, der auf ihn geschossen hat. Nein. Hab ich nicht. Ne. Ich war das nicht. Ja. Wo ist da das Edge? Wo ist es Christin? Er hat sich so abgesondert. Einer ist hier. Da bin ich. Da bin ich. Komm, schwimmt im Wasser. Ja, natürlich. Ich muss doch gucken, ob da irgendwo was gelegt wurde oder so. Im Wasser. Ja, keine Ahnung. CNT funktioniert wohl auch unter Wasser, oder nicht? Ja, aber... Ja, aber das macht ja mal so gar keinen. Das J und das Kräger. Funktioniert unter Wasser. Ja, ich verpiss mich. Boah, von allen Leuten. Wieso leben denn jetzt noch so viele? Das ist doch scheiße. Das ist doch cool. Hm. Keine Ahnung. Langsam müssen die Charter mal Gas geben. Sonst geht die Zeit aber down. Muss ich sagen. Ja, aber ohne Spaß. Die Frage ist halt, die Charter müsste jetzt echt noch raus. Einer ist doch schon tot. Ja. Nein, Adi. Adi war innocent. Ja, und? Und? Ja, das heißt die Traitor müssen trotzdem was tun. Und so. Deswegen. Da ist einer tot. Komm. Komm, ist es. Ja, Sepp, du warst satt. Was? War ich? Du hast gerade auf Sepp Dingens geschossen. Habe ich doch genau gesehen. Waa! Oh Scheiß! Nice, Mann! Jawoll! Aber Trey war das. Ich dachte, der Bram und der will mit einem Schuss tun. Aber Bram war das auch. Achso. Da hast du es den natürlich nicht ganz zu schwer gemacht. Ja, entschuldige mal. Du hast ja auch dich nicht gerade verteidigt. Entschuldige mal. War richtig geil. Bram ist Proven. Das bringt doch sowieso nie was, wenn ich mich verteidige. Man glaubt mir doch sowieso. Vielleicht hätte ich dir geglaubt. Aber so hab ich gedacht, der ist es auf jeden Fall. Danke, Adi. Ja, wieso dankst du mir? Du musst Peter danken. War ne, war ne. Auch noch schön gesagt, Bram ist Proven. Ja, weil du hättest mich ja echt weghauen können da unten. War ne schöne Runde, muss ich sagen. Ich hatte leider keine Schrotze. Ah. War ne schöne Runde. Schatze, ne andere Waffe. Ja, gut, dass wir in der Preparing-Phase sind. Ja, Leitern, Leitern klettern ist echt so ne Schwierigkeit. So, jetzt kommt mir den Bram nochmal genau an. Ja. Und Spaß. Dennis hat mich. Ja, was denn? Komm, warte. Alter! Da hast du aber Lack gehabt. Da hast du aber Lack gehabt, mein Freund. Da war doch kein Lack, wenn ich bei einer Sekunde schieße. Ja, aber wer weiß. Vielleicht hättest du ja nen kleinen Lack gegeben oder so. Ach Quatsch, lächerlich. Ich wollte nur noch versuchen, dass du mir nicht direkt ne Handy gibst. Dennis Sackwicht genannt. Ja. Christian steht schon wieder oben im Tunnel. Sepp steht grad rum. Echt? Nein, ich versuche hier das Fenster aufzumachen. Oh, 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 oh. Was denn für ein Fenster? Wo denn? Na, Sepp? Wo ist der? Wo ich jetzt durchspringe? Wo ist der? Ja, das versuch's jetzt zum dritten Mal. Der steht über mir. Aber der schießt nicht einfach. Ja, ich schaff das halt nicht. Ich bin halt ein bisschen Bobby. Du musst dich ducken oder zu kommen. Ja, jetzt auf die Unschuldstour kommen oder was? Ah, ich meine. Das war schon sehr offensichtlich. Ich weiß nicht, ob Sepp so doof ist. Und dann im Shop ist. Jawohl, Sepp. Ich meine, ich stelle mich ja jetzt nicht hier so hin und gehe jetzt nicht in den Shop. Ja, weil es hier einfach so rumsteht. Oh, Sepp. Ich glaub, Sepp ist gerade in den Shop gegangen. Das wär mega geil. Das wär echt mega geil. Sehr, sehr geiler Shop. Boah, Aldi, Sepp ohne Spaß. Ich hab dir da so einen Kribbeln in den Füßen. Aber bei dir ist das immer so ein Problem. Wenn ich dich töte, bist du innocent. Wenn ich's nicht tue, dann bist du Traitor. Also, wo ist denn jetzt hier so? Das ist scheiße, ey. Das ist echt scheiße. Boah, Alter, wie viele Leute hier sind? Hä, wo sind denn die anderen? Die sind alle da hinten hochgelaufen. Oh, komm, ich hau den jetzt weg. Nein, Spaß. Lass dich mal, Aldi. Dann hätt ich dich ja wohl zuerst gekillt, oder? Also, Aldi hat schon eine aggressive Grundstimmung vorhin an den Tag gelegt. Das muss ich ja mal ganz kurz nochmal hier aufwenden. Ja, das stimmt allerdings. Äh, äh. Na. Hat er sich nicht hier eben verpisst? Wer schießt da? Eigentlich müsste ich dich jetzt nur umzugucken, ob du da nicht richtig bist. Das wär der Hammer. Machen wir doch doch einfach. Ich bin aber... Fick dich! Alter, hast du mich erschrocken! Ohne Scheiß! Es tut mir leid, es tut mir leid, ich bin es... Okay. Du bist es. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ja, scheiße. Was soll ich machen? Ich hab mich voll erschrocken, weil Chris gesagt hat, warte, darf ich mich kurz verteidigen? Draußen vorm Haus ist gerade einer weggeballert worden und einer ist ins Haus gelaufen. Alter, ich hab den selbst gemacht. Darf ich mich kurz verteidigen, oder bin ich jetzt auf jeden Fall... Halt mal den Maul, Jay! Okay. Ich meine, Sepp hat gerade einen Wickelschuss vorm Haus. Ja, dann ist es Sepp. Ja, würd ich auch sagen. Sepp war eben Traitor. Weil ich... Weil ich... Ja, genau, ich war ein Traitor. Alter, Peter hat ne Karte, ist es! Ja, Peter hat ne Karte, ist es! Ja, Peter hat ne Karte, ist es! Damit bin ich innocent und es tut unfassbar leid, Bram. Noch einmal. Ja, was, Sepp? Bram, bist du nicht tot? Komm, ein Fix hier noch. Jawohl. Okay, Sepp ist wohl tot. So, da ist Jay... Wo ist Peter? Peter ist der Zweite. Da! Da! Ist da! Ja! Scheiße! Wie soll Teleporter? Ich drücke in der Panik immer Rechtsklick, um die Locations dann zu marken. Und scheiße! Hast du gerade echt das Fenster zerschossen oder hast du eingekauft? Ja, macht nix. Es tat mir so... Weißt du, Chris sagte in dem Moment, ja, bringen wir den doch mal um. Ich dreh mich um aus Reaktion darauf und dann stehst du wirklich hinter mir. Ich dachte direkt, okay, das ist Chris und schieß einfach aus Reaktion direkt. Das krasseste ist aber, dass ich halt schon hinter dir stand, als du das Haus runtergegangen bist. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du da unten jetzt ne Bombe plantest. Du brauchst mir nicht hinterher zu gehen, weil ich nie Bomben plante. Sepp, hast du gerade wirklich nicht gekauft oder musstest du halt... Das wird er jetzt gekauft. Das wird er jetzt auch niemals verraten, weil das halt mega dumm gewesen wäre. Ich hab halt nicht gekauft, aber gut. Es ist ja nicht so, dass du da Stunden herumgestanden hast, also... Ja doch. Okay. Also ich hab hier schon 10 Sekunden rumgestanden. Dann sag doch einfach, ich stand da gerade 10 Sekunden rum, weil ich mir eingefallen habe. Ja genau, dann kommt halt wieder, du wirst den Twitter mir nicht lösen oder so. Das ist was anderes, wenn man 10 Sekunden ankündigt und steht, anstatt nicht zu stehen 10 Sekunden. Du meinst vorher ankündigen. Soll ich jetzt sagen? Warte mal, ich geh mal ins Traitor-Menü und kauf ne Bombe. Klar. Hui! Kannst du doch machen. Adi, 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 Adi! Oh! Also das würde ich dir abnehmen, dass du dann wirklich... Adi, lass das. Bei dir. So, Tür zu. Hallo Chris. Alter, hast du sogar die Tür unter dir aufgemacht? Nein. Ich hab die Tür im Haus gerade zugemacht. Nein. Ne, hier, die Traitor-Tür hier unten ist aufgegangen. Echt? Alter. Was war das denn gerade, Peter? Oh stimmt. Hast du dich gerade gem... Peter! Was hab ich denn gemacht? Darf ich einmal sagen, dass Bram sehr, 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 sehr verdächtig ist, weil er gerade ne Teleporter, glaub ich, gemerkt hat. Einfach kurze Zeit holster. Du warst kurz holster. Ja? Da hat ne Smoke geschmissen. Aber glaubst du, der hat so ne Billowwaffe als Traitor. Die Smoke hab ich nicht... Die Smoke hab ich nicht gesehen. Hier. Hier ist die Smoke. Ne, hier. Das ist ein Smoke, ja. Die Smoke hab ich nicht gesehen, dass du dir geworfen hast. Jetzt wirklich. Echt jetzt? Aber Peter hat gerade hier was gesagt, oder? Ohne Scheiß. Wenn ich dich jetzt schon wieder erwischt hab bei deinen Traitor haben, ja, dann kotze ich aber hart, dass du dich wieder abgewehrt hast. Kotze ich aber. Oh, ich glaub ich muss Peter mal weghauen. Ja, mach mal. Ich muss später mal weghauen. Wie viele Punkte hab ich eigentlich? Wird mal wieder... Jetzt... Jetzt rechnet er durch, ob er es sich erlauben kann. Peter verpässt dich. Komm mal, mach mal TNT. Sehr gut. Guck mal, wie Sepp... Amn ist der Einzige, der nicht gerade da ist. Jetzt redet Sepp mir hinterher, oder was? Ja, aber ich lauf halt unten rum. Sepp verpässt dich. Was machst du denn da unten rum? Gucken, ob jemand ne Bombe legt. Ja, ja. Vielleicht legst du auch selber eine. Ja, wahrscheinlich liegt das selber eine. Ich komm jetzt auch gucken. Ja, wir gehen. Ja, ich komm jetzt auch. Ey, Sepp, wie wär's, wenn du mir nicht am Sack gehst? Na, das kannst du nicht hier haben. So, und jetzt lauf ich hier wieder hoch. Und jetzt lauf ich die nächste Runde. WTF? So, einfach... Und, hey. Hallo Chris. Ich geh jetzt gucken, ob Bram da ne... Ey, Peter, wo ist er hin? Ne Bombe geplantet hat. Hä? Da ist ein Traitor Room offen. Da ist aber gerade... Hier ist ne Bombe! Bram ist es! Sowas draußen! Ich bin draußen! Die Bombe unten im Haus! Weg im Haus! Weg vom Haus! Bram ist der einzige, der unten war. Zu dem Zeitraum. Oder die ist lange, lange geplantet worden. Das stimmt allerdings. Ohne Scheiß! Fuck you, Bram! Wo ist denn der? Bram hat sich teleportiert. Bram hat sich teleportiert. So ein Mist aber auch, Bram. Er wischt. Mal wieder. Der ist hier vorne in der Ecke gelaufen und ist dann weg gewesen. Das ist ein kleiner Teleporter-Wichsel. Er ist hier vorne unter die Treppe gelaufen. Leute, ich möchte mal ganz kurz anmerken... Weg von dem Haus! Aber es gibt ja noch einen zweiten. Ja. Egal. Aber ich werde ja wohl nicht... Ich werde ja wohl hoffentlich proven sein für euch. Aber ich möchte Bram jetzt erstmal töten. Dann geht denn die scheiß Bombe endlich in die Luft. Wie Christian auch hier rumschlägt. Christian es auch hört irgendwie wieder. Wie ist das passiert, Christian? Wo? Ich bin wahrscheinlich irgendwo runtergefallen, wa? Boah, Alter. Da habe ich mich erschrocken vor dir, Jay. Was ist denn der Dinger jetzt? Außerdem ist er bei der ganzen Ballerei, die am Anfang immer so abgeht, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ja, aber da hättest du dich doch aufgeregt, wenn ich jemand getroffen hätte, oder? Ja. Ja, aber es hat mich ja keiner getroffen. Ja, der ist vielleicht irgendwo runtergefallen. Da wird jetzt heraus keinen Strecken, oder? Ah, die machen Abgang. Wo ist der denn hin? Bram ist die ganze Zeit im Traitor Room und wartet da. Geht mal weg von dem... Ja, ich bin runtergefallen. Geht mal weg von dem Turm, weil ich mich erschrocken habe vorhin. Geht mal weg von dem Turm da, wo man snipern kann drauf. Okay. Ich habe Angst, da hat der Bram, der plantet da vielleicht eine Bombe rein. Wo ist der denn hin? Wo ist der denn hin? Der ist im Traitor Room. Da kannst du noch als Traitor rein. Echt? Ja, Peter, was mache ich denn jetzt mit dir? Ja, und was machen wir beide? Ja, das ist eine gute Frage. Knall doch einfach mal auf und dann sind wir alle glücklich. Ne, komm, dem Gefallenflug. Alter! Wo ist die hochgegangen? Die ist am Haus hochgegangen. Jay, gibst du noch? Ja. Hadi, ich bin am Haus. Ja, was denn? Wir sind beide am Haus gewesen und sind nicht davon weggerannt. Das stimmt allerdings. Boah, Peter. Wer ist dahinter? Wer ist dahinter? Ne, einer von uns beide. Wir sind beide, glaube ich, nicht. Alter! Wer wird geschossen? Ey, ich werde geschossen! Ich werde geschossen! Ich wurde gerade... Ich habe doch 7 HP. Ich wurde geschossen. In Deckung, in Deckung, in Deckung. Den hole ich. Wo denn? Ich hab keine Ahnung. Ja, der ist hinten bei den Schweinen ist der gewesen. Ja, irgendwie so. Ja, der ist wieder im Traitor Room verschwunden. Christian, schieß! Christian ist hammertot. Nice, Peter! Ich habe es gesehen. Leute! Oh, guck mal. Okay, Peter. Bram ist gerade da in der Wand verschwunden. Da drin. Okay, okay. Was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Bram suchen halt. Was denn sonst? Ja, der muss doch uns suchen. Warum sollten wir den suchen? Ja, komm, dann verschanzen wir uns halt. Aber wo? Ja, weiß ich nicht. Ja. Lass uns hier verschanzen. Ja, hier ist voll scheiße. Alter! Alter, der schießt auf mich! Wo läuft und wo hat der heftig geschossen? Weiß ich nicht! Geh da nicht hin! Alter, ich habe keinen Plan, wo der hier ist. Ohne Witz. Ja, das ist in der Sache. Ja. Komm, Peter, wenn wir zusammen hier rumlaufen, dann kann der uns nichts. Wenn beide allerdings nur Nahkampfwaffen, dann ist das nicht so clever eigentlich. Ja, ist egal. Ich kann mir vorstellen, dass der nicht mehr so viel Life hat. Ich nehme eine Fernkampfwaffe jetzt. Wo bist du? Ich bin in dem Haus. Halt! Halt! Alter, du warst ja schon wounded. Sag, aber habe ich dich wieder erwischt beim Teleportieren? Nein, ich hatte keinen Teleporter. Okay. Ich habe tatsächlich Smoke geschmissen. Aber du hast dich da gerade verpisst, als ich da unten war. Das habe ich gemacht, ja. Kleiner fickener fucking Bombenpilter. Ohne Spaß, das blöde ist, genau als Jay wieder meinte, ich hab den dabei erwischt, weißt du, sind so vor dem Haus alle weggelaufen, da standen vier Leute und ich hab mir grad die Giard-Bombe gekauft, ey. Oje. Und ich musste dann natürlich noch von der dopen Fick-Bombe sterben, ey. Achso, weil das... Ja, Jay hat ja auch nur ein-, zweimal gesagt, dass da ne Bombe ist. Ja, aber dann war halt irgendwer gesagt, die ist fertig. Ja, das war geil, Jay, da sagte, boah, die ist hochgegangen, statt ich nehm der Bombe, guck's auf den Timer, IDM für 30 noch. Ja, eben, ich zieh mir aus, was ich hab. Hahaha, das war voll geil. Und dann, alle dann an dem Haus rumrannten, dachte ich, ja, dann ist sie ja hochgegangen, wenn alle hier stehen. Haha, super. So, Sherlock Jay, wie töten wir denn heute mal als Traitor? Komm, ich mach jetzt hier ein paar Leute weg. Bumm. Bumm. Ja, wer ist denn da? Bumm. Er schießt da. Bumm. Alter, Sepp. Sepp sagt, da gibt's halt nur Bumm, 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 Bumm. Ach, guck mal an, der Bram ist hier. Was war das denn jetzt gerade wieder für ne Scheiße? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ich sag nicht, wer schießt, sondern was war das denn jetzt gerade? Ich hab mir das gut überlegt, was ich jetzt sage. Ich dachte, das wäre wieder neben mir aufgekommen, die Scheißschrotze, die Sepp in meiner Nähe hier piekert. Bumm. Bumm. Das ist ja der auf dem Heuschlein, der auf. Alter, Sepp willst du mich verarschen? Geh mir auf den Sack. Hardy, wo bist du? Hardy? Hardy spielt gar nicht mit. Ja, echt mal. Okay, Hardy ist nämlich K.O. Nein! Nein! Ich bin hammerhart gefallen. Oh, Christian hat hier was reingerochen. Ich bin hammerhart runtergefahren. Ich bin wounded. Ja. Woll ich nochmal sagen. Das sind Bram? Hardy? Wo ist er? Ohne Scheiße! Hardy? Der ist saun, der ist saun. Hardy ist da, und er hat Jinn weggemacht. Ich hab den nicht weggemacht. Ja, ich hab den gefunden. Wo war der denn am Haus? Wie ist das denn passiert? Der sagt auf dem Wasser. Ja, und ich kam aus dem Lava-Haus raus. Wie soll ich den da getötet haben? Hä? Tatsache. Mr. Brosator. Peter schießt auf mich. Scheiße. Peter hat voll daneben geschossen. Peter hat voll daneben genoobt. Scheiße. Scheiße, Alter. Boah, Peter. Ja, der war ein Fass und der stand direkt daneben. Ja, und Christian steht über dir. Und drei andere auch, Peter. Aber Christian stand über dir. Der wäre doch nie gestorben. Das war... Das hab ich nicht gesehen. Also, Hardys Kill war wahrscheinlich... Du hast doch selber gesagt, dass ich auf dem Topsteher. Okay, erstmal schnell noch ditten. Das stimmt, aber das hab ich dann wieder... Ja, Hardy war am Anfang der Runde AFK und hat sich nicht bewegt. Also hab ich den mal weggesnackt. Echt? Hardy, warum machst du AFK? Hardy? Ja, klar. Ist klar. Ist klar. Als ich tot war, bin ich weggegangen. Geiler Scheiß. Ja, aber du standest da einfach nur rum. Du hast dich nicht bewegt. Ja, aber ich war jetzt irgendwie schnell tot, oder nicht? Ja, du hast die komplette Preparing-Phase, die dich in keinen Millimeter bewegt. Oh, in der Preparing-Phase dieser Schlinge. Ja, aber deswegen hab ich mich daneben positioniert und gewartet, bin ich Traitor. Schlinge, Alter. Ach so. Boah, Peter, du Arsch, ey. 3, 2, 1. Boah, toll, ey, jetzt war ich Traitor, ey, und Peter hat versagt. Ja, das stimmt, tut mir leid. Boah, ich will nicht so ne perfekte Mech-Trenn-Haut. Und das war natürlich... Wer schießt da? Wer schießt da? Nein, ich spiel immer mit Licht. Ich spiel immer mit Licht. Alter, Sepp, ich hasse dich mit deinen Scheiß-Aktionen. Hallo, Peter. Hallo, Hardy. Ohne Scheiß, wie komm ich denn jetzt hier runter mit dieser Scheiß unter dem Haus? Leute, wer ist denn hier schon wundet? Warum nicht hier Blut? Ja, warum hast du eigentlich ne Maske auf? Alarm! Alter, Alarm. Was hier rumgeballert? Oh, ich hör... Sepp wurde getötet? Sepp wurde getötet? Sepp ist getötet worden. Sepp ist getötet worden. Christian hat gerade getötet. Okay. Wo? Bam, hier. Ich weiß nicht, wo ihr getötet habt, wo ihr lossehen. Oh, jetzt hat er die Demot hinter dem Stand. Hardy ist bei mir. Aber Christian ist doch jetzt erst... Okay, der ist tot. Christian ist tot. Okay. Christian ist tot. Christian ist tot. Das heißt, es gibt noch einen Traitor und Bram ist proven. Ja, okay. Ja, ich bin innocent. Ja, ich bin auch innocent. Ja, Bullshit. Ich bin auch innocent. Irgendeiner von euch nachdenkt ja sein. Okay, Bram lebt noch? Pete oder Hardy ist es. Ja, du? Ja, oder du, du Mongole. Das kann natürlich auch sein, aber da... Ja, wo ich gerade gesagt... Das ist aber gut, ey. Ihr könnt einfach jetzt bei... Hier, bleibt doch einfach im Blick. Das ist doch gut. Obwohl, das ist scheiße. Ich hab nicht euch beide gleichzeitig im Blick. Das gefällt mir nicht. Ja, die ist schon weg. Nee, ich bin im Haus drin. Und Peter, möchtest du nochmal versagen? Ah, sehr gut. Alles klar, nice. Danke. Wo ist Hardy hin? Ich bin im Haus. Ja, ist doch gut. Und hier kommt auch keiner rein. Alter, fuck you, Bitch. Ich kann dir übrigens mal erklären, wie man jetzt die an die Wand tackert. Die Leichen. Ja, wie denn? Dann brauchen wir aber den Traitor-Kollegen dafür. Ich bin nämlich den Traitor. Peter? Ja? So innocent. Ja. Also ich sag mal ganz ehrlich, für mich jetzt... Der, der jetzt wegrennt, der ist K.O.S. Ja, das finde ich auch. Ich habe euch alle im Blick. Jetzt ist gerade eine sehr angenehme Situation. Jetzt sage ich dir so... Der, der rennt, der ist K.O.S. Aber der entfernt sich immer so ein bisschen aus dem Blick. Nö, ich bin mir... Ich möchte einfach euch beide im Blick haben. Ja, verstehe. Und damit habe ich das hier ganz gut. Außer bin ich hier gesch... Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es jetzt... Alter, die Rahmen ohne Spaß. Was denn? Was willst du? Ich bin sogar so cool. Hadi, du kusselst. Hadi schießt. Hadi ist es. Hadi hat eine AK, Hadi ist es. Der ist in den Keller gegangen. Passt da auf, da ist... Ja, geht doch einfach zur T. Geht doch einfach... Ah, ne, das hilft nicht. Da ist ja ein Traitor-Room. Der Scheiße. Ich glaube, der ist schon im Wasser. Da ist gerade... Oh, der ist unten! Oh, Jay. Das war aber nicht so gut jetzt. Geh, Pferd, aber wo bist du? Hast du lacht? Bewege mich gerade Richtung Haus. Weißt du, wo der ist? Noch nicht. Da ist gerade eine Tür aufgegangen oder zugegangen. Ja, ich weiß. Komm schon. BAM! Jawoll! Alter, wie geil der erste Schuss war. Ey, weil wie krass rot mein Bildschirm war. Ich hab dich gar nicht mehr gesehen. Der erste Schuss war richtig gut. Und der erste Schuss war richtig gut. Und der erste Schuss war richtig gut. Jawohl, der erste noch dadurch da kann. Boah, übel. Nice, man. Ja, ich hab nichts mehr gesehen. Aber komm, ey. Fuck, nutzt man gar Scheiß. Ja, das war doch mal ein schönes Ründchen. TTT, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja, fallen die Flaschen um. Tschüss. Tschüss.